Ich sage euch eins, wenn ihr diese sechs Monate mitmacht, dann werdet ihr unheimlich davon profitieren, glaubt es mir, in der Dauerarbeit. Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, das Ziel, was sind die Ziele von diesem Kurs? Wenn wir uns die Lage in Deutschland betrachten, dann müssen wir sagen, dass es hier vor vier Jahren oder vor fünf, sechs Jahren so gut auf Deutsch, so gut wie fast gar nichts gab. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass man an jeder Ecke Unterrichte hat, dass manche Leute, gerade die aus Nordrhein-Westfalen, schon mittlerweile ein bisschen verwöhnt sind, im Gegensatz zu anderen Teilen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Bayern fährt oder nach Sachsen fährt, ja, da sind die Leute nicht ganz so verwöhnt. Und wir haben gesehen, dass sehr viele Jugendliche zurückgekehrt sind, diese ganzen Alpha-Jacken-Muslime und Disco-Freaks, Breakdance, Muslime, sehr viele sind zurückgekehrt, haben angefangen, die Religion kennenzulernen und Alhamdulillah. So, die Sache ist nur, wir haben ein anderes Ziel, wir wollen nicht nur, dass die Leute zurückkehren, denn wir sehen auch, dass viele Leute wieder zurückfallen in den alten Trott, in die alten falschen Gewohnheiten und das liegt vor allen Dingen daran, wenn man nicht selber neues Blut bekommt. Was meine ich damit? Wenn man nicht selber diese Aktivitäten nach vorne bringt und nicht selber teilnimmt und nicht selber etwas lernt, dann ist es oft so, dass mit der Zeit der Iman runterfällt, die Sache nur zur Gewohnheit wird und man aufhört. Warum haben gerade jetzt viele Leute angefangen, die Religion zu praktizieren? Weil wir ganz klar vermittelt haben, dass diese Religion nicht irgendwas Langweiliges ist für 85-jährige Opas, sondern etwas ist, was von der Jugend getragen wird. Eine Botschaft, eine Aufgabe, eine Mission, diese Religion in jedes Haus zu bringen. So wie der Prophet, a.s.w. gesagt hat, Allah wird kein Haus aus Stein und kein Haus aus Zelt lassen, außer dass er diese Religion dort reinbringt. Die Frage ist nur, wenn Allah diese Religion in jedes Haus bringt, was hast du dazu beigetragen? Was hast du dazu beigetragen? Und glaubt es mir, keiner soll dich unterschätzen. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, du musst ja Wissen haben und so weiter. Und die wollen einen stoppen. Die wollen damit sagen, bevor du Dawa machst, musst du erst mal fünf Jahre studiert haben. Ist Quatsch. Du musst von dem Wissen haben, wozu du aufrufst. Deswegen sage ich am Anfang erst mal, Sheikh Saleh Ali Sheikh, was er dazu sagt. Er sagt, es ist keine Bedingung, für die man der Dawa macht, dass er vollständiges Wissen hat. Sondern der, der Dawa zu Allah macht, der macht Wissen von dem, was er hat. Wenn er etwas weiß. Das heißt, wenn er irgendetwas weiß, wenn er zum Beispiel eine kleine Sache weiß, dann ruft er dazu auf, wenn er diese Sache richtig weiß. Und das ist der Punkt. Weil ihr werdet sehen, Leute, viele Leute vielleicht im Gewand des Islam, die wollen euch von dieser Baraka-Arbeit wegbringen. Und deswegen, heute, das ist die Einführungsunterricht. Ich habe das direkt am Anfang gebracht, damit ihr auch einen großen Sheikh hört von dieser Sache aus Saudi-Arabien, der das sagt. Ich werde gleich auch nochmal Sheikh Fawzan hier zitieren, was er zu diesem Thema sagt. Damit ihr genau Bescheid wisst. Dieses Thema, was ich hier mache, das ist ein wirklich, ein Trainingskurs ist das. Ja, weil ihr müsst eins wissen, wir haben, es sind viele Leute zurückgekehrt, aber einige fallen ab, weil sie nicht wirklich dabei sind. Glaubt mir, die Dawa schützt dich, Achie. Die Dawa schützt dich. Denn es gibt ein Phänomen bei der Dawa. Jedes Mal, wenn du jemanden aufrufst, etwas zu tun, ist das in derselben Zeit ein Aufruf an dich selber. Als wenn du dich selber aufrufst. Verstehst du, du erzählst jemandem, Bruder, du musst beten. Wenn du selber nicht betest, du würdest sofort ein schlechtes Gewissen kriegen. Du erzählst jemandem, Bruder, du musst Ikhlas haben. Im selben Moment denkst du, oh, hoffentlich habe ich Ikhlas. Ikhlas bedeutet, dass man eine Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Wenn du mit jemandem redest, über die Beweise des Islam, über die wissenschaftlichen Wunder, über die Prophezeiung des Propheten a.s.w. Im selben Moment erinnerst du dich wieder. Und dir wird bewusst, welche Gnade du hast an dieser wahren Religion. Das ist etwas, was andere Leute nicht kosten. Und sie kommen vielleicht im Zweifel über ihre Religion. Jedes Mal, wenn Leute mit mir zusammen sind, und wir diskutieren beispielsweise mit christlichen Missionaren oder sowas, dann blüht ihr Iman auf. Weil sie sehen, guck mal, sie glauben, dass der Islam die Wahrheit ist, aber hier riecht man es noch mal förmlich. Man sieht es mit eigenen Augen. So, und jetzt müsst ihr eins wissen. Und das sehen wir jetzt an diesen Razzien, die passiert sind. Ich weiß ganz genau, einige Leute sind vielleicht heute nicht hier, weil ihnen erzählt wird, oh, wenn du heute in die Moschee gehst, vielleicht wirst du dann auch besucht. Vielleicht kommt die Polizei dann nachher zu dir nach Hause. Ich will euch eine Sache sagen. Warrakebe no fail. Warrakebe no fail. Ja, als er den Propheten getroffen hat. Das war ganz am Anfang. Ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, das ist der, der zu dir gekommen ist, der Engel Jibril. Warrakebe no fail war ein Gelehrter der griechischen, der der christlichen Schriften gewesen. Und er wusste, dass der Prophet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ein wahrer Prophet ist. Was hat er zu ihm gesagt? Er war schon alt gewesen. Er hat zu ihm gesagt, er hat gesagt, der, der zu dir gekommen ist, ist der Engel Jibril, sozusagen. Also ich gebe das ungefähr wieder. Und du bist der Gesandte Allahs. Und dein Volk wird dich rausschmeißen. Die werden dich verdammen. Und ich wünschte, und ich wünschte, ich würde an diesem Tag noch leben, damit ich dir zur Seite stehen kann. Das heißt, er wollte dabei sein. Deswegen, wer jetzt nicht dabei sein will, und wer jetzt anfängt, wie Rumpelstielzinn hin und her zu springen, und sich anfängt zu distanzieren, der hat nicht das Bewusstsein von dem Muslim, der sagt, la ilaha illallah, Mohammed und Rasulullah. Und der bereit ist, vor dem Pharao zu stehen mit dieser Botschaft. Ihr müsst die Begierde haben, diese Sache aufzunehmen. Und glaubt es mir, nach sechs Monaten wird sich viel verändern. Dann haben wir so viele Leute, die Dauer machen, da kann gar keiner mehr stoppen. Das ist mein Ziel, Inshallah. Deswegen müsst ihr alle mitmachen. Man muss die Begierde haben, diese Religion zu verteidigen. Man muss die Begierde, die Motivation haben, diese Religion zu verbreiten. Ansonsten stimmt etwas nicht mit dem Iman. Jeder, der etwas liebt, der liebt auch, dass andere Leute das lieben, was er liebt. Wen lieben wir? Wie lieben wir? Allah. Also musst du wollen, dass Allah geliebt wird. Musst du diese Liebe zu Allah verbreiten. Und dazu musst du lernen, wie. Und deswegen gehe ich an diese Punkten ran. Und das ist nicht einfach nur zum Zuhören. Bruder, ich sage euch eins. Wisst ihr, warum viele von euch, und ich sage euch das ganz klar und deutlich, weil wir keine Versicherungsvertreter sind, wisst ihr, warum viele nicht viel profitiert haben? Wisst ihr, warum? Weil man nie mitschreibt. Man muss bei den Vorträgen etwas zum Schreiben mitnehmen. Wenn jemand mitschreibt und macht sich Notizen, ihr könnt euch den Vortrag in Schala nächste Woche zu Hause nochmal angucken. Glaubt mir, da werdet ihr ganz anders von den Vorträgen profitieren. Ganz anders. Aber leider ist es so, dass viele Leute kommen zur Beschäftigungstherapie. Ist schön. Ist auch gut. Ist besser, als dass du in der Spielehalle sitzt. Du bist immer herzlich willkommen. Aber, du musst hier die Motivation haben, die Religion zu verteidigen. Achhi, es sind 60.000 oder 100.000 Bücher in den letzten 100 Jahren gegen den Islam geschrieben worden. Bruder, es gibt, es werden Millionen ausgegeben. 365.000 christliche Missionary, werden alleine in den USA ausgebildet. Hier, stand im Spiegel. Aus Deutschland sind alleine 9.000 christliche Missionare in den islamischen Ländern. Alleine aus Deutschland, stand auch im Spiegel. Wo sind wir? Achhi, wir schaffen noch nicht mal hier mit dem Nachbarn über den Islam zu reden. Und glaubt es mir, es hat zwei Effekte. Erstens, du verteidigst die Religion, du hast deine Hassanet. Das ist das Wichtigste. Zweitens, diese Person nimmt vielleicht den Islam an. Noch besser. Und drittens, wenn er nicht den Islam annimmt, wird er vielleicht ein besseres Bild vom Islam bekommen. Das ist der Punkt. So, deswegen fangen wir heute an und ich habe heute neun Punkte. Und wir werden dann nächste Woche weitermachen. Am Anfang des Unterrichts werde ich die Punkte wiederholen. Und von diesen neun Punkten gibt es insgesamt 18 Fragen. In dem ganzen Unterricht gibt es drei Hadiths, auswendig zu lernen und drei Hadiths. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute am Ende, wenn wir 20 Unterrichts reingemacht haben, mitgemacht haben. Bruder, selbst wenn du mehr Wissen hast als ich, glaub mir, du profitierst davon, weil du bei vielen Dingen Moraja machst und viele Dinge nochmal wiederholst und viele Dinge nochmal hinterher gehst. Ja? So. Wir werden in dieser Unterrichtsreihe mindestens drei Ayat auswendig lernen, mindestens drei Hadithe und halt 20 Fragen, äh, 19 Fragen, Entschuldigung, und 18 Fragen und die werden am Ende in einem Test, ganz am Ende werden wir einen Test machen, wer die ganzen Fragen beantworten kann. Das heißt, über 90% der Fragen, wenn die beantwortet sind, ist der Testbestand. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, den Test nachher mitzumachen oder was, profitierst du natürlich trotzdem, bist trotzdem herzlich willkommen, bei dem Dawa-Kurs mitzumachen. Erste Frage ist, was ist Dawa überhaupt? Und ihr müsst wissen, aus einer Herangehensweise, wie die Ulama eigentlich an Themen rangehen. Ich bin kein Alim, aber wir versuchen, den Weg von ihnen zu gehen. Ich fange erst mal an, eine Sache linguistisch zu erklären. Dawa kommt von dem Wort Dawa Yad'u. Das heißt, erst mal jemanden rufen oder auch jemanden einladen oder auch Dua machen. Das heißt, dass man ein Bittgebet macht. Weil bei dem Bittgebet, wen ruft man dort, da ruft man Allah an. Und diese Dawa ist direkt verbunden mit dem Wort Dawa Ilallah. Das heißt, dass man zu Allah ruft. Das heißt, man ruft die Person an, an Allah zu glauben. Und deswegen hat die Dawa vier Punkte. Erstens, dass man dazu aufruft, an Allah zu glauben. Zweitens, ihn alleine zu dienen. Drittens, ihm gehorsam zu sein in dem, was er befohlen hat. Und viertens, ihm gehorsam zu sein in dem, was er verboten hat. Also, das heißt, die Dinge zu praktizieren, die er geboten hat und die Dinge zu verlassen, die er verboten hat. Also, vier Eigenschaften. Erstens, der Glaube an ihn. Zweitens, ihn alleine zu dienen. Weil selbst, wenn du an ihn glaubst, aber dient sie nicht alleine, wird dir das nicht viel bringen. Drittens, dass man das tut, was er befohlen hat. Und viertens, dass man das lässt, was er verboten hat. Das ist die Dawa in der Scharia. Und das ist auch das, wie Sheikh Fausan die Dawa definiert in der Themonologie, in der Fachsprache. Das ist erstmal Dawa. Dann fragen wir, welche Gruppen werden bei der Dawa aufgerufen? Welche Gruppen werden bei der Dawa aufgerufen? Und hier, und ich werde am Ende, sowieso diese Frage wird am Ende gestellt werden. Von welchem Wort kommt Dawa sprachlich? Daayatou? Was bedeutet das? Welche vier Dinge beinhaltet, beinhaltet die Dawa? Das sind die ersten zwei Fragen schon mal. So, dann. Welche Gruppen werden aufgerufen? Ist die Dawa speziell etwas für Nicht-Muslime? Oder ist die Dawa speziell etwas für Muslime? Die Grundlage in der Dawa, und ihr werdet sehen, wenn ihr zum Koran oder Sunnah geht, fast immer, wenn Dawa, wenn dieser Begriff kommt, von Dawa, ist damit gemeint, Nicht-Muslime aufzurufen. Das heißt, die klassische Dauer ist eigentlich die Dauer mit Nicht-Muslimen. Und nicht, wie es heute einige Gruppen gibt, die sagen, nee, wir müssen erstmal die Muslime aufrufen. Denn die sagen, ja, wenn wir jemanden in unser Haus einladen wollen, das Haus ist noch dreckig, dann kommt das nicht gut an. Diese Vorstellung hört sich schön an, oder? Hört sich schön an. Ja, wir machen erstmal mit den Muslimen Dauer, denn, wenn wir jemanden in unser Haus einladen, der reinkommt, das Haus ist noch dreckig, dann ist das nicht gut. Wir wollen ja erstmal, wenn du jemanden in dein Haus einlädst, dann machst du auch erstmal dein Haus sauber. Ja, ist eine schöne Herangehensweise. Aber steht das im Koran? Steht das in der Sunnah? Nee. Weil es gibt manchmal schöne Beispiele, die aber auch schön unsinnig sind. Weil der Prophet, Aleyhissela, hat das aber auch nicht gesagt, mach erstmal mit dem Dauer und dann mit dem. Und wenn alle Muslime angefangen haben, die Religion zu praktizieren, dann gehen wir zu einem Kuffar über. Wie viele sind dann zwischendurch gestorben, wie viele Nicht-Muslime? Wie viele sind dann für alle Ewigkeiten in die Hölle gegangen? Das ist ein völliger Blödsinn. Außerdem wirst du niemals, wirst du es niemals schaffen, dass alle Muslime die Religion praktizieren, 100%. Das heißt, wenn du sagst, erstmal dann, ist das eine völlig falsche Vorstellung. Das heißt, wir haben vier Dauergruppen. Erste Gruppe, Nicht-Muslime, wieder mit den speziellen Kategorien. Nicht-Muslime mit den speziellen Kategorien. Zum Beispiel Atheist, nee, nee, Fragen werden nachhergestellt. Atheist, Buddhist, Hindu und so weiter. Zweitens, Rassat von den Muslimen. Was heißt das? Leute, die ungehorsam sind. Das heißt, jeder macht Ungehorsamkeiten, aber Leute, die beispielsweise nicht beten, Freundinnen haben und so weiter und so fort. Das heißt, die äußerlich schon erkennbar sind, dass sie die Religion nicht richtig praktizieren. Die dritte Kategorie ist Aalul Bida. Aalul Bida. Das heißt, Gruppen im Islam, die falsche Glaubensvorstellungen haben oder die Praktiken im Islam oder gottesdienische Handlungen praktizieren, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Die vierte Gruppe ist diese Art von Ta'alim. Diese Art hier ist gerade auch eine Dauer in dem Prinzip. Weil was ist Dauer? Ist Dauer nur für Nichtmuslimen oder nur für Muslimen? Wir haben gerade schon vier Gruppen genannt. Was ist mein Beweis dafür, dass diese Dinge alle etwas mit Dauer zu tun haben? Der Beweis dafür ist ein authentischer Hadith vom Propheten, wo er sagt, Was heißt das? Das heißt, wer zu einer Rechtleitung aufruft, so kriegt er den Lohn und den Lohn von dem, der diese Sache praktiziert und nichts von seinem Lohn wird abgezogen. Wo ist hier der Beweis, dass alles Dauer ist und nicht nur die Einladung zum Islam? Weil hier das Wort Huddan steht. Illa Huddan. Das ist Nekira, das heißt Einzahl. Unbestimmt. Wenn ich sagen würde, Illa Hudda zur Rechtleitung, das ist ein Unterschied, weil ich sage, wer zu einer Rechtleitung aufruft, so kriegt er den Lohn von dem, der es praktiziert. Oder wenn ich sage, wer zur Rechtleitung aufruft. Wenn ich sage, zur Rechtleitung, dann ist die Rechtleitung was? Der Islam, der Koran, die Sunnah. Aber wenn ich sage, zu einer Rechtleitung, dann ist das jede Sache, die vom Islam praktiziert wird. Ist das verstanden? Ja? Ist angekommen. Ja? Weil das ist bestimmt und das andere ist unbestimmt. Ja? Wenn ich sage, wer zu einem, zu einer guten Tat aufruft, dann meine ich damit irgendeine gute Tat. Wenn ich aber sage, wer zu der guten Tat aufruft, dann meine ich eine bestimmte Tat, die ich beabsichtige. Okay? Wer zu der bestimmten Tat aufruft, dann habe ich vorher schon gesagt, welche Tat ich meine. Wenn ich sage, wer zu einer guten Tat aufruft, dann meine ich jede gute Tat. Genauso hier. Wenn ich sage, wer zur Rechtleitung aufruft, dann meine ich damit, wer zum Islam aufruft. Wenn ich aber sage, wer zu einer Rechtleitung aufruft, dann meine ich damit was? Zu irgendeiner Tat im Islam. Denn jede Sache, die vom Islam ist, ist eine Rechtleitung. Wenn ich zum Beispiel sage, du sollst beten, dann rufe ich zu einer Rechtleitung auf. Wenn ich sage, du musst den Islam aufnehmen, rufe ich auch zu einer Rechtleitung auf. Die Rechtleitung ist was? Der Islam selber. Wenn ich dazu aufrufe, das Kopftuch zu tragen, rufe ich zu einer Rechtleitung auf. Wenn ich dazu aufrufe, nicht um Gräber zu gehen oder ein Gräber Picknick zu machen und Tawesel zu machen bei Toten und sagen, hey, helfe mir dies, helfe mir das, helfe mir, dass ich ein Kind kriege und so weiter, dann rufe ich zu einer Rechtleitung auf. Das ist der Beweis dafür. Das heißt, hier müsst ihr euch merken bei dieser Frage. Erstens, was sind die vier Gruppen? Das ist die Frage. Nenne vier Dawa-Gruppen. Und fünftens, dieser Hadith, dass man sich schon merkt, wer zu einer Rechtleitung aufruft, dass man den Hadith zum Beispiel lernt. Damit man einen Beweis hat. Weil wir wollen nicht wie andere Folklorevereine sein im Islam. Ja, ist so. Frag nicht, ist so. Der Hadja hat gesagt, der Imam hat gesagt, ist so. Unsere Religion basiert auf Koran und Sunnah. Wenn ich irgendwas sage, was ist, Bruder? Wer zu einer Rechtleitung aufruft, wer zu einer Rechtleitung aufruft, so kriegt er den Lohn dafür und den Lohn von dem, der dieser Rechtleitung folgt, ohne, ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, damit man das auch versteht, dass von dem, der der Rechtleitung folgt, ohne dass von dem Lohn von dem, der der Rechtleitung folgt, etwas gemindert wird oder abgezogen wird. Also wer zu einer Rechtleitung folgt, der kriegt den Lohn dafür, welchen Lohn? Dafür, dass er aufgerufen hat und den Lohn von dem, dem, der ihr folgt, ohne, dass dies von dem Lohn, der dieser Rechtleitung folgt, etwas abzieht. Okay, verstanden? Weil wenn ich sage, der kriegt den Lohn dafür, selbst wenn du der Rechtleitung nicht folgst, ich sage jetzt zum Beispiel zu dir, bete und du betest nicht. Ich kriege den Lohn dafür, dass ich aufgerufen habe, aber wenn du jetzt noch anfängst zu beten, dann kriege ich sogar noch den Lohn von all deinen Gebeten, die du gemacht hast. Aber von deinem Gebet wird nicht abgezogen. Es ist nicht so, als wenn du jetzt betest und der Lohn geht nur auf mein Konto und du kriegst nichts mehr. Nein. Dein Lohn bleibt für dein Gebet. Okay? Mephum? Verstanden? Ja. Und diesen Vers sollte sich jeder merken. Sura 16, Vers 125. Denn das hat etwas auch mit den Dauergruppen zu tun, mit wem man Dauer macht. Ihr kennt den Vers, habt ihr schon oft gehört. Ud'u'la sabili rabbika bil hikmati wa maw'idhatil hasana wa jadilhum bilati hi ahsan. Rufe zu deinem Weg deines Herrn mit Weisheit und Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Den Vers hört man so oft, aber die meisten hören bei Ud'u'la sabili rabbika bil hikma, hören die auf. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit, hier hören die auf. Erstmal, was bedeutet Weisheit? Bei diesem Vers müsst ihr richtig verstehen, weil wenn ihr die Grundlagen habt, jedes Haus braucht eine Grundlage, ein Fundament. In der Dauer, wir reden heute über Grundlagen vom Verständnis her, weil wenn ihr ein Fundament habt, dann könnt ihr darauf ein starkes Haus bauen. Wenn das Fundament nicht stimmt, stimmt alles andere danach auch nicht. Wenn das Fundament wackelig ist, ist danach alles wackelig. Okay? Hier, Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Erstmal Weisheit, viele verstehen hier drunter, Lean, Sanftheit, Milde und so weiter. Das muss aber nicht unbedingt sein. Sondern im Prinzip ist Weisheit, die richtige Sache an die richtige Stelle setzen. Was ist Weisheit? Die richtige Sache an die richtige Stelle setzen. Manchmal kann es weise sein, jemanden anzuschnauzen, weil er ansonsten nicht hört. Manchmal kann es weise sein, mit jemandem ganz sanft zu reden. Aber, ich gebe euch eine andere Interpretation und das ist die Interpretation auch von von Ibn Taymiyya und von Ibn Al-Qayyim und Rahmahullah, wo sie über diesen Vers reden. Die sagen, dieser Vers erklärt sozusagen die Stufen der Dauer. Maratib. Und so sagt Ibn Taymiyya an Majmur Fatawa, sinngemäß, und das hat hier Sheikh Fosan in seinem Buch, das ist ein Buch von Sheikh Fosan, Muhadhrat für Al-Akida und Al-Dawah. Es sind also Unterrichte, die Sheikh Fosan, wer ist das, das einer der größten Gelehrten momentan in Saudi-Arabien gemacht hat. Er sagt, die erste Lage ist, Das heißt, die erste Lage ist derjenige, der etwas nicht weiß und wenn man es ihm erklärt, dann wird er dieser Sache folgen. Und diese Person wird aufgerufen wie? Indem man sanft mit Weisheit und so weiter mit ihm redet. Weil er macht zum Beispiel irgendwas falsch, du siehst zum Beispiel, er betet und betet ohne Sutra mitten in einem Raum. Aber es ist jemand, der will die Sunnah praktizieren und du sagst ihm, hör mal Bruder, guck mal, du hast eben ohne Sutra gebetet. Der Prophet, a.s. hat so und so gesagt, kriegst du noch mehr Lohn. Er sagt, oh, jazak allahu khairan, danke, dass du mir das gesagt hast. Gut, das mache ich beim nächsten Mal. Zweite Lage. Man, idha bujina lawul haq, lem yasra li kubulihi wal amal bihi. Das heißt, wenn dem die Wahrheit gesagt wird, der wird das nicht sofort annehmen. Bel yakunu indau kesel wa futu fahada yihtaju ma'al bayan illa ma'u'idati bi'an yukhawwafa wa yubayyina lahu thawab und so weiter. Wal iqab. Ja, das heißt, und jetzt kommt die Person, du sagst ihm das, du sagst zum Beispiel, du musst beten. Hey Bruder, du musst beten, fünfmal am Tag beten, ist ganz wichtig. Du sagst ihm das, der akzeptiert, dass das richtig ist, aber der fängt nicht an zu praktizieren, der ist ein bisschen faul. Dann sagt er, diese Person braucht eine Ermahnung. Das heißt, dass er ein bisschen, dass ihm klar gemacht wird, was der Lohn von dem ist, der es macht und was die Bestrafung von dem ist, der es unterlässt. Das ist ma'idha. Ja, das man erzählt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, das erste, das erste, wo du am jüngsten Tag gefragt, was ist das Gebet, war das Gebet gut, sind die anderen Taten gut, war das Gebet schlecht, sind die anderen Taten schlecht. Das ist ma'idha. So, dann dritte Lage, Das heißt, die dritte Lage ist derjenige, du erzählst ihm etwas, du sagst zum Beispiel zu ihm, Bruder, diese Sache ist bitter, und was versucht er? Der sagt dann, der versucht dann, mit dir zu diskutieren, nein, Moment, das ist falsch, das ist doch keine Bidda, das ist gut, so und so. Was ist mit dem? Der wird mit der, mit dem wird auf die beste Art und Weise diskutiert, das heißt mit Argumenten. Hier musst du Argumente suchen, wie du ihm die Sache klar machst. Und hier ist das auch nochmal von Ibn Taymi, er sagt, anas in Majmur Fatawa, Band zwei Seite, fünf, vier, anas salatatu aqsam, die Menschen sind drei Gruppen. imma, an ya'tarifa bil haqqi wa yatabbi'ahu, fa haza sahibu al-hikmah, eine Person, die zugibt, dass diese oder jener sagt, die Wahrheit ist und er folgt dir, diese Gruppe, dieser Mensch wird mit Weisheit aufgerufen. wa imma an ya'tarifa bil haqqi wa lakin la i'amal bil haqqi wa haza ya'awwaz hatta ya'amal. Das heißt, die andere Gruppe, was ist wer? Das ist derjenige, der, der gibt auch die Wahrheit zu, aber der, der macht das nicht sofort. Was ist? Der wird ermahnt. ja, wa imma, wa imma, ala ya'tarifa bi fa haza yujad al-bilati ahsan. Und der, der das nicht zugibt, der wird mit, auf die beste Art und Weise, äh, wird der, äh, wird mit ihm disputiert. Hier sagt Ibn al-Qayyim, immaftah, da, da ist Sa'ada, ja, sagt er, Allah hat die Stufen der Da'wa, wie die Stufen der Schöpfung gemacht. Ja, dann sagt er, das heißt, die Person, ja, die Person, die die Wahrheit annimmt, die schlau ist, ja, der wird mit Hikma auf, und der das nicht ablehnt, ja, und nicht stur ist, der wird mit Weisheit aufgerufen. Und diese Person, die das annimmt, aber, der hat ein bisschen, so, Ghafla, äh, Achtlosigkeit, und, äh, Ta'achur, der verschiebt die Sachen so, ja, ja, ich fange nächstes Jahr an, äh, zu beten, ja, und so weiter, ja, der, der wird mit Mawiz al-Hasana erwähnt, mit der guten Ermahnung, dass man ihm sagt, hier, und da sagt er, hier erklärt er noch, wa hi al-amru wa nahi al-makrun bi tarrib wa tarrib, und das ist das Befehle und Verbieten mit tarrib wa tarrib, tarrib heißt Hoffnung geben, oder diese, äh, äh, sozusagen diesen Wunsch, Wunsch, äh, Wunschstärken sozusagen, dass du sagst, dass du sagst, guck mal, wer das macht, der kriegt den Lohn vom Paradies, und tarrib ist Angst machen, dass du sagst, guck mal, wer das unterlässt, der kriegt diese und jene Strafe, das ist Mawizah, es ist wichtig, dass er heute diesen Vers, weil ich weiß ganz genau, wahrscheinlich alle von euch haben diesen Vers schon gehört, und wird immer erzählt, ja, immer, aber das, was danach kommt, wird gar nicht erwähnt, warum erwähnst du ein Drittel vom Vers, subhanallah, ja, so, und dann sagt er, und der Dritte hier ist, so, wal muanid al-jahid yujadal bilati ahsan, und derjenige, der stur ist, und der verleugnet, der wird, mit dem wird auf beste Art und Weise disputiert, das heißt, dass du Argumente suchst aus Koran und Sunnah, okay, das wollte ich jetzt nur kurz gehabt haben, das heißt, wir haben diesen Vers jetzt noch erklärt, in Surah 16, Vers 125, dieser Vers muss auswendig gelernt werden, wenn man, wenn es zu schwer ist, in Deutsch, die deutsche Übersetzung, den arabischen Text auswendig zu lernen, die deutsche Übersetzung, ja, die deutsche Übersetzung, dass man sagen kann, und dass man dann auch guckt, was ist die Bedeutung von diesem Vers, das ist ein ganz wichtiger Vers, das ist eine Grundlage für die Dauer, insbesondere, wenn man hier diese drei Grundlagen gelernt hat, deswegen habe ich hier gesagt, diesen Vers auswendig lernen, ja, so, Nenne Surah 16, Vers 25, entweder auf Deutsch, und wie ihr am besten auswendig lernen könnt, ist, ihr schreibt euch das zum Beispiel auf eine Dateikarte, oder ihr sprecht das immer wieder nach, Rufe zum Hege deines Herrn mit, und so weiter, und du sprichst das zum Beispiel 100 Mal, danach hast du den voll drin, den Vers, okay, gut, nächste Sache, ihr könnt euch auch die Fragen aufstellen, und dann immer, so, ihr habt die Fragen zum Beispiel auf der linken Seite vom Blatt, und die Antwort auf der rechten Seite, und dann geht ihr die Fragen durch, die 19 Fragen, die wir heute haben, und dann bis zur nächsten Woche, dass man das schon hat, aber spätestens dann bis zur Prüfung, ja, so, dann geht es weiter, jetzt kommt die Sache, was, warum ist die Dauer so wichtig, die Wichtigkeit der Dauer, ja, was ist so wichtig daran, da haben wir erstmal, die Dauer ist die Aufgabe der Propheten, so sagt Allah beispielsweise in Surah 4, Vers 165, Gesandte als Vorbotschafter und Warner, damit die Menschen nach den Gesandten keinen Beweis mehr vor Allah haben, dann, Surah 16, Vers 36, ein ganz wichtiger Vers, wir haben in jeder Gemeinschaft, Propheten, Gesandte erweckt, dass sie den Menschen lehren, diene Allah alleine, und verlasse die Anbetung der falschen Götter, Surah 16, Vers 36, Surah 4, Vers 165, die muss man jetzt nicht unbedingt auswendig lernen, ich gebe gleich jetzt Aufgabe, umso mehr man auswendig lernt von Versen, umso besser, ist klar, aber jetzt für den Test fordere ich nicht, dass man alle Verse aufzählt, ich fordere von diesen vier Sachen nur, dass man zwei Verse über die Wichtigkeit der Dauer aufzählt, da wäre der Surah 16, Vers 125 zu besuchen, weil der muss unbedingt sitzen, der Vers, warum ist der ein Befehl, warum ist der so wichtig, Surah 16, Vers 125, weil hier sieht man, dass es ein Befehl ist, rufe auf, und in der Scharia gibt es eine Regel, immer wenn ein Befehl kommt in Koran und Sunnah, da gibt es eine Regel, die heißt, Al-Amru yaqtadil hujub, das heißt, der Befehl beinhaltet oder führt zum Verpflichtung, es sei denn, man hat einen Beweis, das nicht als Verpflichtung gemeint ist, wenn der Prophet a.s.m. sagt, tue dies, ist das Verpflichtung, das heißt, eine Verpflichtung, ein Wujub, ist, man wird belohnt, wenn man es tut, und man kriegt eine Bestrafung, wenn man es lässt, es gibt dann solche, Schirr-Sachen, die man ausfindlich lernt, wo das drin ist, also, das was Pflicht ist, wenn man es tut, kriegt man Belohnung, wenn man es lässt, kriegt man, hat man Bestrafung verdient, natürlich, Allah kann ja auch verzeihen, das ist wieder eine andere Sache, ja, das ist ein Befehl, Udo, rufe auf, jetzt geht es weiter, diese Sache ist die Auszeichnung der Umma, und ich wollte noch etwas zu den Aufgaben der Propheten sagen, alle Propheten kamen mit der Daua, alle, aber nicht alle Propheten kamen mit Dschihad, das wollte ich nur gesagt haben, nur von Bani Israel, wie auch im Alten Testament, kam mit Dschihad, das heißt Kampf, und der Propheten, Mohammed a.s. Aber alle Propheten kamen mit Daua, und das zeigt die Wichtigkeit der Daua auf, dann, das ist die Auszeichnung dieser Umma, in Suche 3, Vers 110 sagt Allah, ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter Menschen hervorgekommen ist, warum? Weil ihr das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, und ihr glaubt an Allah, das heißt Allah nennt hier zuerst, als Kennzeichen dieser Umma, ihr seid die beste Gemeinschaft, danach fragst du warum, du fragst warum, dann sagt er, ihr gebiet das Gute, und verbiet das Verwerfliche, was ist das? Gute gebieten, schlechte verbieten, ist Daua, denn die Daua ist das Gute gebieten, das Schlechte zu verbieten, men da'ilahuddan, wer zu einer Rechtsleitung aufruft, entweder etwas zu verlassen, was falsch ist, oder etwas zu tun, was richtig ist, okay? Und hier wird es sogar noch vor, dem Glauben an Allah genannt, und das zeigt, wie stark der Glaube an Allah, verbunden ist mit dem guten Gebieten, und dem Schlechten verbieten, mit der Daua. Weiter. Diese Sache, und das ist jetzt ein Vers, der muss unbedingt sitzen, dieser Vers, der muss rein, das ist ein Vers, der so etwas von wichtig ist in der Daua, der ist in Sura 12, Vers 108, ja, da sagt, da soll der Prophet sagen, kul, sprich, habihi sabili, addu'ilallahi ala basiratin, anna wa man itabani, wa subhanallahi, wa ma anna min al mushrikin, das heißt, hier sind die drei Bedingungen der Daua vorhanden, in diesem Vers, ja, er sagt, der Prophet soll sagen, kul, havi sabili, dies ist mein Weg, wer ist dein Weg, addu'ilallahi ala basira, das heißt, er gibt dir als den Weg an, die Daua ist sein Weg, und dann sagt er, die ich und die, die mir folgen, ja, guck mal jetzt hier, in diesem Vers, und wir kommen auf den Vers gleich nochmal zurück, aber hier zeigt er ganz klar, der Weg des Propheten ist die Daua, das ist der Weg, das heißt, wenn du die Daua nicht machst, hast du nicht die Eigenschaft der besten Umma, und du folgst in dieser Sache nicht dem Propheten, a.s. und dieser Vers, was sagt er dann, rufe zu Allah mit Wissen, und, dann am Ende sagt er, das heißt, die Lossagung von den Muschrikinen, denn das ist auch sehr wichtig in der Daua, ihr müsst wissen, unsere Daua, und addu'ilallah, das ist die andere Bedingung, dass man ikhlas bei der Daua hat, man ruft nicht zu einer bestimmten Gruppe, oder zu einer bestimmten Tat, sondern man ruft zu Allah, addu'ilallah, ruft zu Allah, nicht ich rufe zu Milligur, zu DITIB, zu Naksibandi, oder irgendwas, ich rufe zu Allah, rufe zu Allah, wie mit Wissen, wovon zwei Arten von Wissen, erste Art von Wissen, Wissen von der Lage der Leute, was ist der Beweis dafür, der Prophet, a.s. als er Mu'ath ibn Jabal in den Jemen geschickt hat, hat er gesagt, inna ka la tahti kauman min ahlil kitab, faliqun awwal ma tad'um ilay ay yuwahidullah, er sagt hier, du kommst zu einem Volk von Ahl-Ukitab, das heißt, du musst gucken, wie rätst du die ein, soll das Erste sein, dass du sagst, sie sollen die Scheherde machen, yuwahidullah, damit ist Tauhid gemeint, la ila illallah, muhammadu rasulullah, ja, so, dann sagt er am Ende, wa ma'anna mil mushrikin, ja, wa subhanallah, wa ma'anna mil mushrikin, dann, Entschuldigung, die zweite Art von Wissen ist das Wissen von der Religion, und da haben wir eben schon gesagt, das Wissen von der Religion, ja, ist nicht mit gemeint, dass du vollständiges Wissen haben musst, wie Salih al-Sheikh gesagt hat, sondern damit ist gemeint, dass du das weißt, wozu du aufrufst, weil es gibt heute einige Leute, die sich als Wissen ausgeben, und die vor der Bidda geflohen sind, in einer anderen Riesenbidda gelandet sind, die noch nie jemand gesagt hat, wenn jemand Bedauer macht, dann sagen die zu ihm, ja, der muss erst mal studiert haben, 20 Jahre und so weiter, das ist Quatsch, du musst Wissen haben, von dem, wozu du aufrufst, wenn du weißt, was Kulhu Allah Wachad bedeutet, ruf zu Kulhu Allah Wachad, aber geh nicht weiter raus, rede nicht über Erbrecht, rede nicht über irgendwelche, was weiß ich, über irgendwelche Dinge, rede nur von dem, wovon du Wissen hast, und hier sagt auch, Sheikh Fawzan, in dem Buch, ja, Also wenn jemand Unwissen ist, dann liegt es, dann soll er nicht in das Feld der Dawa eintringen, bis er gelernt hat, bis er nützliches Wissen sozusagen gelernt hat. Jetzt sagt er aber, aber, er sagt er, ja und so weiter, das sagt, dann sagt er hier ganz klar, aber wenn er etwas Wissen hat, ja, oder ein bisschen Wissen hat, oder von einer Sache Wissen hat, dann ruft er zu dem auf, wovon er Wissen hat, und hält sich von den Sachen fern, stoppt dort, wovon er kein Wissen hat. Das ist der Punkt. Deswegen, wenn ihr in der Dawa seid draußen, ihr redet mit jemandem im Islam, der kommt mit einer Frage, die schwer ist, was sagt ihr dann zu dem? Ihr sagt dann zu dem, Entschuldigung, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Das ist überhaupt keine Eib, das ist überhaupt keine Schande. Viele Leute denken, wenn sie in der Dawa sind, da kommt jemand und fragt irgendeine Frage, die sie nicht beantworten können, das ist Eib, das ist jetzt eine Schande, das ist Quatsch. Und das ist wichtig, Brüder, in der Dawa, die Wirkung spielt eine große Rolle. Die Wirkung spielt eine große Rolle. Wenn der dich was fragt und du wirkst unsicher, du hast verloren, der wird wahrscheinlich vielleicht gar nicht durch dich mehr zum Islam kommen, vielleicht durch eine andere Person, weil du zeigst ihm Unsicherheit. Aber wenn er dich irgendwas fragt, der fragt dich zum Beispiel, ich habe eine Frage an dich, wer hat dieses und die, wer hat Allah erschaffen? Was ist das denn für einer? Wer hat das Meer erschaffen? Wer hat die Menschen erschaffen? Wer hat die Welt erschaffen? Und dann sagt er, wer hat Allah erschaffen? Du bist total unsicher, du bist unglaubwürdig geworden. Wenn du aber sagst, ich habe jetzt keine Antwort darauf, ich muss erst mal jemanden fragen, der mehr Wissen hat. Du wirkst überhaupt nicht unsicher. Du sagst nur, ich habe noch nicht von allem Wissen. Ich frage mal. Aber die einfachste Antwort ist ganz einfach. Leute, viele Leute, für die ist die, letztens fragt mich jemand, der sagt, ja, warum, ich hatte einer Schachmatt gesetzt, der hat mir diese Frage gestellt. Wer hat Allah erschaffen? Die Antwort ist ganz einfach. Keiner. Einfach. Dann sagt er, musst du irgendjemanden erschaffen haben. Was sagen wir dann? Das ist eine logische Herangehensweise. Gut, dass du es sagst. Positiv aufgewertet. Dann sagen wir zu ihm, aber das zeigt, dass du das Verständnis von Allah noch nicht hast. Denn Allah ist anders als seine Schöpfung. Denn Allah sagt im Koran ganz klar und eindeutig, nichts ist im Gleich. Das heißt, du vergleichst gerade Allah mit seiner Schöpfung, aber du musst wissen, wir im Islam glauben, dass Allah sich von seiner Schöpfung unterscheidet. Das heißt, wenn alles einen Anfang hat, dann heißt das nicht, dass Allah einen Anfang hat. Denn Allah hat weder Anfang noch Ende. Das heißt, muss dann weitermachen ein bisschen. Aber ich meine nur als Beispiel. Ja? Ganz einfach. So. Das heißt, man macht Wissen zu dem, wo man aufruft. Jetzt geht es weiter. So. Dann, Allah lobt denjenigen, der da, aber macht, dass er das beste Wort von sich gibt. In Suche 1, Vers 33 sagt er, وَمَنْ أَحْسَنُ كَوْلًا مِنْ مِنْ دَعِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِهَنْ وَقَالَ إِنَّنِ مِنْ الْمُسْلِمِنِ Wessen Wort ist besser, als der, der zu Allah ruft. Und Gutes tut und sagt, ich gehöre zu den, zu den Gottergebenden. So. Und hier ist, wie gesagt, die Aufgabe, zwei Verse auswendig zu lernen. Aber ihr müsst sowieso 16,525 auswendig lernen und Suche 12,108. Die sind ganz wichtig, die Verse in der Dauer. Ja, deswegen, wenn ihr die auswendig lernt, reicht schon. Aber wer natürlich mehr machen will, ist noch besser. Aber ich meine jetzt für den Test, den wir am Ende machen wollen, ja. So. Jetzt nochmal zu der Sache. So. Jetzt die Gefährlichkeit des Verlassens der Dauer. Da möchte ich auch zwei Beweise haben. Einmal, Allah sagt, der Prophet, a.s.w. sagt, Wer von euch etwas Übles sieht, der soll es mit der Hand verändern. Wenn er es nicht kann, mit der Zunge. Das Herz ist der schwächste Iman. Und hier zeigt ganz klar, wenn du etwas nicht mit deiner Zunge verändern kannst oder willst, dass du einen schwachen Iman hast. Anderes Beispiel. Hier sagt Allah, sagt der Prophet, Entschuldigung, Die sind alle in Bukhari-Muslim, diese Hadithe, die zwei. Den einen, Men Ra'am in Kumunkara, in den vielen, aber auch in den 40 Hadithen von Nawawi. Dann. Andere Hadith, Entweder gebiet das Gut und verbiet das Verwerfliche, ja. Das heißt, die Dauer. Oder Allah wird eine Strafe auf euch herab senden und er wird sie erst zurücknehmen, wenn ihr, was? Dann werdet ihr Dua machen, er wird sie nicht erhören. Das heißt, du musst erst mal zur Dauer zurück, ja. Das heißt, hier wird dir bei Verlassen der Dauer die Strafe schon im Diesseits angedroht. Im Diesseits wird die Strafe angedroht. Dritte Sache, Strafe im Jenseits und im Diesseits auch, inshallah, Allahu a'lam, aber im Jenseits auf jeden Fall. Er sagt, Suche 2, Vers 159. Inna ladhina yaqtumuna ma anzalna min albayinati wal huda. Und dieser Vers muss auch gelernt werden. Suche 2, Vers 159. Inna ladhina yaqtumuna ma anzalna min albayinati wal huda min baadima bayanna urin nasi fil kitab ula eka yal'anahumullah wa yal'anahumullah'inun. Die, die das verheimlichen, was wir, ja, von den Beweisen und der Rechtsstaatung herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klar gemacht haben, so werden sie von Allah verflucht und von den Fluchenden verflucht. Und es gibt 2 Arten von Verschweigung. Einmal die direkte Verschweigung. Zum Beispiel, jemand fragt dich was, ist der Islam die richtige Religion? Ja, nein, also, bei uns ist das so, jeder kann so sein, wie er will. Ist alles gar kein Problem. Kommen Sie schön zum Tag der offenen Moschee in unserem so und so Punkt, Punkt, Punkt Kulturverein. Ja, ist alles sie. Sie kommen ins Paradies, alle kommen ins Paradies, glauben doch alle an Gott. Das ist eine Lüge über die Religion. Eine Lüge über die Religion. Wir sagen nicht, man soll den Leuten den Schädel einschlagen. Wir sagen, man soll die Leute gut behandeln. Aber zur selben Zeit müssen wir auch was tun, müssen wir die Botschaft verkünden. Wir haben eben gesagt, ruf uns zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Was ist Weisheit? Ist Weisheit, indem ich die Botschaft verschweige? Nein. Weil dann hast du nicht zum Weg deines Herrn gerufen. Deswegen gebe ich immer das Beispiel mit dem Paketbringer, Paketbringer von der Post. Ja? Der Postbote, der kann das, was in dem Paket drin ist, da darf der nichts dran verändern. Genauso darfst du an der Botschaft nichts verändern. Du musst die Botschaft übergeben. Aber die Frage ist, wie übergibst du die? Schlägst du an die Tür mit dem Hammer? Da schlägt der Postbote an die Tür mit dem Hammer und dann machst du die Tür, schmeißt das Paket ins Gesicht und gib dir noch einen Tritt. Oder klopfst du an die Tür, sagst, hier bitte schön ein Geschenk für sie. Das wollte ich ihnen überbringen. Und hier so, dass man den Menschen klar macht, man möchte für die Menschen das Beste. Dass man sagt, ich möchte diesem Menschen das Beste vermitteln. Der Islam ist das Beste geschenkt. Das ist die Rettung vor ewiger Bestrafung in der Hölle. Stell dir vor, diese Person stirbt heute. Und wenn die Trunkenheit des Todes kommt, das ist bevor du immer zu flüchten mochtest. Subhanallah. Dann ist es vorbei. Deswegen muss man Sorgen haben um die Menschen. jetzt geht es weiter im Text. 2 Vers 109,50 und die andere ist die indirekte Verschweigen. Das heißt, der lebt 100 Jahre neben dir und du erzählst, oder sagen wir mal 20 Jahre neben dir. 100 Jahre ist vielleicht übertrieben. Und du erzählst ihm nichts von der Religion. Ja, du gibst ihm noch nicht mal einen Flyer. Ich weiß, es fällt schwer, mit Leuten darüber zu reden. Aber sag doch mal hier, wir haben eine Informationsveranstaltung in der Moschee. Hier, Pierre Vogel, der böse Hassprediger aus Bonn. Wir haben eine Informationsveranstaltung in Ratingen. Und dort und dort, nimm dich mit. Beispielsweise. Nicht der böse Hassprediger oder so. Ihr wisst schon, Spaß muss sein. Auf jeden Fall. Jetzt kommt die Frage, was ist das Urteil von Dauer? Im Allgemeinen ist das Urteil von Dauer, wenn einige Leute die Dauer machen, ist es für die anderen keine Pflicht mehr. Wir kriegen sie keine Bestrafung. Das nennt man Fadl-Kifejah. Und das ist auch eine Frage bei dem Kurs am Ende. Was ist der Unterschied zwischen K, Fadl-Kifejah und Fadl-Ein? Fadl-Kifejah bedeutet, wenn ein Teil es macht, ist die Pflicht von den anderen aufgehoben. Das heißt, sie kriegen keine Bestrafung und wird das verlassen. Was ist zum Beispiel eine Art von Fadl-Kifejah? Kann mir einer ein Beispiel geben? Salam alaikum. Genau. Wenn man reinkommt und jemand sagt Salam alaikum, wenn einer, der von ihnen sitzt, Salam zurückgibt, reicht es. Janaza. Janaza, genau. Wenn ein Teil das macht, ist es von anderen aufgehoben. Erwähnen auch. Erwähnen auch. Ist nach Meinung von Eingelehrten Pflicht. Und da muss natürlich nicht jeder Erwähnen machen. Da steht nicht jeder auf und macht die ganze Gruppe 20 Mal auf und sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hier auch, aber Sheikh bin Basah der sagt, in einer Zeit, wo Jahl verbreitet ist und wo und wo die schlechten Dinge verbreitet sind und wo es wenige Duat gibt, in dieser Zeit wird es Fadl-Ain für jeden Pflicht mit dem, was er machen kann. Und heute habt ihr die Möglichkeiten, ihr könnt Dauer machen mit einem Lächeln und einem Geschenk. Wir haben diese DVDs, wir haben jetzt gerade 40.000 DVDs hergestellt. Ihr geht einfach zu jemandem hin, sagt hier, bitte schön ein Geschenk, hier eine DVD, eine dies, das. Dann sagt die, Dankeschön, bitte schön. Okay, Beispiel. Eben Bess hat das gesagt. Ich habe es jetzt nur von Eben Bess, aber die Sache ist auch ganz logisch. Weil wie wollen wir hier in Deutschland zum Beispiel alle Leute erreichen? Wenn man die, insbesondere wenn du die Fähigkeit hast, da was zu machen, heute hat jeder die Fähigkeit, Dauer zu machen. Du brauchst ja nur eine DVD zu geben oder einen Flyer zu geben oder ihn zu rufen zur Moschee. Du brauchst ja nicht unbedingt mit ihm zu diskutieren, du kannst ihn ja zu Leuten führen, die mit ihm diskutieren können. So dann, wie macht man Dauer? Da habe ich schon drüber geredet, mit der Hikma und mit dem Wissen. So. Und dann, was sind die Prioritäten in der Dauer? Das geht wieder auf die Gruppen zurück, von denen wir eben geredet haben. Immer das Wichtige vor dem Wichtigsten. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der Christ ist, dann redest du nicht mit ihm darüber, ja, bei uns Satu Laatul Janasa ist so und so. Verstehst du? Weil das ist für ihn uninteressant. Oder du sagst ihm, hör mal, wenn du niehst, musst du Alhamdulillah sagen, sagst du dann zu ihm. Ich meine, du kannst ihm das natürlich auch vermitteln, aber das ist unwichtig. Du musst das Wichtigste anfangen und das ist erst mal, dass man zum Tauhid ruft. So wie der Prophet a.s. Guck mal, Priorität heißt auf Arabisch Aulawiyat. Und das kommt von einem Hadith vom Propheten. Fal yakun awul matad'uum ilay ayy yuwahidullah. An yuwahidullah. Da soll das Erste sein, wozu du aufrufst, die Priorität, dass sie Tauhid praktizieren. Das heißt, dass man Allah alleine anbetet. Dass man weiß, dass Allah der einzige Schöpferlenkerherrscher ist. Dass man weiß, dass Allah nur mit vollkommenen Eigenschaften zu beschreiben ist. So dann. Diesen einen Punkt, den lasse ich raus, den mache ich beim nächsten Mal. Bedingungen in der Dawa. Da werden ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bedingungen erwähnt, aber ich erwähne eigentlich nur vier heute. Richtig, weil die anderen eigentlich keine richtigen Bedingungen sind. Erstmal Ikhlas. Und das ist erstmal Ikhlas, dass du es für Allah machst. Prioritäten war abgeschlossen, ja. Weil ich habe das ein bisschen gekürzt jetzt, aber das ist im Prinzip alles drin, weil mit der Hikma, weil es war eigentlich unter dem Thema, wie macht man Dawa, dann wollte ich mit Hikma kommen und mit dem Vers mit Wissen kommen, mit Alabasira. Aber das haben wir schon erklärt. Dann Prioritäten, habe ich ja erklärt. Jetzt, Bedingungen der Dawa. Erstens Ikhlas. Wo ist das erhandelt? Schon in dem Vers, wo wir eben gesagt haben, Rufe zu Allah. Nicht zu deiner Gruppe, nicht damit die Menschen sagen, du bist toll. Möge Allah an sich Ikhlas geben. Zweitens Wissen. Wo ist das erhalten? In dem Vers, Sura 12, Vers 108. Was? Aatu ilallahi ala basira. Mit Wissen. Das heißt, wovon du redest, davon musst du Wissen haben. Du musst kein vollständiges Wissen von der Religion haben, keine 10 Jahre studiert haben, sondern von den Sachen musst du Wissen haben. Und deswegen, in diesem Kurs werden uns einige Dinge vermittelt, mit denen wir Dauer machen können. Okay? Dann, nächste Sache, Lossagung von den Muschlikonen. Das heißt, dass wir die Sachen nicht vermischen. Nicht vermischen. Das heißt, Islam ist Islam. Es gibt Dinge, wo wir Kompromisse schließen können, aber es gibt Dinge, wo wir keine Kompromisse schließen können, wo wir ganz klar sagen, das ist Islam. Zum Beispiel. Wir können nicht sagen, ja okay, wir gehen mal einen Tag in die Kirche, den nächsten Tag gehen wir dort und dort, gehen wir in die Moschee. Natürlich, man kann da hingehen, aber ich meine jetzt zum Beten. Ja, wir beten mal ein Jahr Isa an, ein Jahr beten wir Jesus an, das nächste Jahr beten wir Jesus an. Weil das ist das Problem, was wir heute haben. Viele Leute, von denen wird erwartet, ja im Namen der Integration, Dinge, wegzunehmen von der Religion, ja und warum und Kopftouren heutzutage. Was heutzutage? Das ist ein klarer Befehl in der Religion. Da muss man sagen, wo haben wir anderen mit den Moscheequien? Haben nichts mit den Moscheequien zu tun. Das ist meine Religion und ich gucke nicht nach links und nicht nach rechts. So. Und glaubt mir, wenn man die Religion so praktiziert, Hamdala, die Religion gibt uns die Möglichkeit, hier zu leben, ohne dass wir mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ganz einfach. Noch. Noch. Es sei denn, es werden Gesetze geändert. Zweite Sache, vierte Sache, man muss das Bewusstsein haben, dass nur Allah alleine recht leitet. Erstmal, die ersten drei Bedingungen, Ikhlas, Wissen, Lossagen von Moscheequien, sind alle im Vers 1208 vorhanden. Vierte Sache, Bewusstsein, dass nur Allah alleine recht leitet. Erstens, weil sonst geht dein Lohn verloren. Dann denkst du auf einmal, du bist ein ganz toller Hecht, weil jemand durch dich zum Islam gekommen ist. Zweitens, viele Leute verlässt das verzweifeln. Ich habe schon oft erlebt, ich rede mit jemandem über eine Sache, er sagte, ja, ich habe mit jemandem geredet, ich habe ihm dem und dem Beweis gegeben und er hat trotzdem nicht geglaubt. Ja, hast du gedacht, jeder fängt jetzt an zu glauben, wenn du das richtige Argument hast? Es kommt nicht nur auf das richtige Argument an, es kommt auch darauf, es kommt in erster Linie auf einmal auf Allah, den recht leitet. Manche Leute, die sehen jemanden, die hören den Adhan in den Islam an, manche Leute, die sehen jemanden im Sushut, die in den Islam an und manche Leute, denen kannst du 500 Jahre was von Islam erzählen, in den Islam nicht an. Das heißt, es hat nichts mit den Argumenten, die Argumente sollst du, sind für dich. Damit du Hassanet kriegst bei Allah, dass du dich angestrengt hast, Argumente zu lernen und natürlich ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden überzeugst, größer, aber im Endeffekt kommt die Rechtsstellung von Allah. Nuh a.s. Meint er, der hatte keine Argumente gehabt? Der hatte vielleicht, der hatte glaube ich am Ende 70 Anhänger gehabt, wird gesagt, ganz am Ende, der hat 59 Jahre Dauer gemacht mit seinem Volk. Kannst du dir das vorstellen? Der sagt im Koran, Rabbi, inni da'autu qaumi layla wa nahara, falem yazid hum du'a illa firara, wa inni kullma da'autum li tagfiral hum ja'alu asa'biyahum fi adhanim, was da'gshau thiyabahum, was da'gshau thiyabahum, was da'gbaru stikbarra. Er sagt, oh mein Herr, ich habe mein Volk bei Tag und Nacht aufgerufen. Und immer wenn ich die aufgerufen habe, hat die nur mehr zum Flüchten gebracht. Und die haben ihre Finger in die Ohren gestellt und ihr Kleid über ihren Kopf gezogen. Und sind hochmütig gewesen, haben weitergemacht mit ihren Sünden, sinngemäß. In Sotunur, das ist die 71. Sura. Das heißt, das ist alles keine Garantie. So, jetzt haben wir hier 18 Fragen, ich wiederhole die nochmal. von welchem Wort kommt Dauer sprachlich? Ja, dann zweite Frage, welche vier Dinge beinhaltet Dauer? Drittens, nenne Beweis, dass Dauer nicht nur an Kufar gerichtet ist. Viertens, nenne vier Dauergruppen. Fünftens, was ist das Ziel dieses Kurses? Und was ist dein Ziel, diesen Kurs zu belegen? Diese Fragen soll man in der nächsten Woche beantworten können, auch wenn man es schriftlich hat und vielleicht noch nicht ausländisch kann. Am Ende, im Test, sollte man das alles so beantworten können. Dann sechstens, nenne Sura 16, Vers 125. Siebtens, nenne zwei Verse über Wichtigkeit der Dauer. Achtens, nenne zwei Beweise für Gefährlichkeit des Verlassens der Dauer. Da wären dann der Vers, Sura 2, Vers 59 und ein Hadith. Ihr könnt euch das ja auch nochmal auf der Seite angucken. Dann, was sagt Ibn Bez über das Urteil der Dauer? Wie gesagt, immer wiederholen, was bedeutet ein Befehl in der Scharia? Das heißt, wenn der Prophet einen Befehl gibt, wenn in dem Koran ein Befehl kommt, was beinhaltet das? Wir haben eben gesagt, Wujub, das verpflichtend ist. Dann, was ist das Grundurteil für Dauer? Das heißt, nicht das, was ich habe im Best gesagt, also Fadul Ein oder Fadul Kifeya. Was ist der Unterschied? Zwölftens, also Elftens, was ist das Grundurteil für Dauer? Zwölftens, was ist der Unterschied zwischen Fadul Kifeya und Fadul Ein? Dreizehntens, erkläre den Vers 16, Vers 125. Ja? Vierzehntens, nenne zwei Arten von Wissen. Das haben wir erwähnt, Wissen von der Lage der Leute, die man aufruft, diese Priorität. Und was noch? Das Wissen von dem Islam. Dann, fünftens, nenne einen Beweis für Prioritäten in der Dauer. Der Hadith von Mu'ath ibn Jebel, der zu jedem geschickt wurde. Dann, sechzehntens, erkläre die Wich... Ah, nee, das machen wir beim nächsten Mal. Siebzehntens, nenne Schurut der Dauer. Ah, nee, sechzehntens, nenne Schurut der Dauer. Achtzehntens, nenne Vers 12, Vers 108. Das sind die Aufgaben und jetzt sind wir fertig für heute, inshallah.